Dem Questgeber, ey! Dann wüssten wir das auch nichts, Goldringen-Casino ist auch nichts. Da gehen wir hin, zum Freundes-Talent. Die Ox-Glocky. Nach der Entscheidungsschlacht 16 Mal geläutet. Enisa! So. Au! Dann rein da in die Erinnerung. Hier ist noch eine. Eine zerfaserte Erinnerung. Geht ihr jetzt nach Hysteria? Wir hauen ab. Okay, passt auf euch auf. Wer geht diesmal? Oh, bitte. Sanzi, Zorro und Luffy. Sanzi! Oh, ja? Oh, ja? Dann sehen wir doch mal nach, was da los ist. Oh, Katzchen. Oder was auch immer da ist. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Was auch immer du bist. Das ist keine Katzchen. Ich bin ein醫zentrum. Okay, das ist die Begründung. Die Verkaufelung ist fertig. Und dann... Welche Wanneer haben Sie das Wanneer? Sie sind nicht so schwer für die Verkaufelung? Ich werde es dir sagen. Was ist das? Ich habe die Verkaufelung, damit Sie sprechen. Bei ein paar Tagen habe ich eine Frau gerettet, die in der Würste von Piraten angegriffen wurde. Ja. Die Frau konnte entkommen, aber sie hat diesen Ring verloren. Warte, Banana. Mann. Es war ganz sicher Lania. Sie war größer als damals, aber ich werde ihr Gesicht nie vergessen. Ich schulde ihr mein Leben. Sorry für den falschen Skip, also. Ich bin ein bisschen zu schnell heute. Wurde von meinen Eltern getrennt und irrte durch die Würste, bis ich schließlich nach Arbana kam. Die Menschen bezeichneten mich als Monster und jagten mich. Lamia versteckte mich, als ich verzweifelt versuchte, vor der Meute zu fliehen. Ich wurde verletzt, aber sie half mir bei der Flucht in die Wüste. Wenn dieser Ring also wirklich Lania gehört, möchte ich, dass sie ihn zurückbringt. Danke, ich glaube, Lania ist die Tochter eines Händlers aus Arbana. Sie hat sicher eine Eskorte, wenn sie in der Wüste nach dem Ring sucht. Danke. Eine Eskorte. Das erinnert mich auch wie an Laboum. Meine Laboum wird mich wiedererkennen, obwohl ich nur ein Skelett bin. Na klar. Seufz. Lania. Dass ich tatsächlich aus den Augen verloren habe. Lania wurde also verloren. Habt ihr sie gefunden? Nein, noch nicht. Und in letzter Zeit werden viele Leute von Piraten entwürdet, wenn die kündigliche Armee uns doch nur beschützen würde. Hey, du. Hey, ich wollte euch Fragen über Lania stellen. Was? Ihr kennt Frau dein Lania? Nicht direkt, wir sind auf der Suche nach ihr. Oh, wie es der Zufall will, suchen wir sie auch. Ist etwas vorgefallen? Wer seid ihr? Oh, wo bleiben meine Manieren? Wir arbeiten für den Vater von Fräulein Lania. Er ist ein einflussreicher Händler aus der Gegend und war mit seiner Tochter in einem benachbarten Land auf der Geschäftsreise. Sie ist gestern erst nach Arbana zurückgekehrt, aber dann ist sie auf einmal weggelaufen und hat etwas von einem kostbaren Ring gemurmelt. Also sind wir hergekommen, nach ihr zu suchen, aber bis jetzt fährt jede Spur von ihr. Sie kam gestern erst nach Arbana zurück, dann sucht ihr bestimmt bei der Straße, auf der sie hergereist ist. Sie hat ihren Ring irgendwo auf dem Heimweg verloren. Wenn sie schlau ist, dann sucht sie dort nach ihm. Könnt ihr uns sagen, welchen Weg Lania nach Arbana genommen hat? Sie ist durch ein Lager der kündlichen Armee gereist. Hat die Brücke nach Arbana überquert? Gut, dann sehen wir mal nach. Keine Sorge, wir werden Lania wohlbehaltend zurückbringen. Wirklich? Das wäre wundervoll. Wir werden uns weiter hier umsehen, damit wir sie nicht verpassen. Vielen Dank für eure Hilfe. Also hier entlang, oder? Da sind ja die königlichen Heimdiensten im Lager. Hier sind wir falsch, perfekt. Dann hier links, oder? Hm. Hier sind wir falsch. Top. Ach, da vorne das Lager. Ich dachte, das wäre ja noch ein Rebellenarmeelager. Aber dann ist das auch schon von den königlichen Heimdiensten besetzt. Wir sind auf der falsche Fährte. Kehren wir um. What? Dann also straight nach Arbana. Ah, ja gut. Dann da hin, oder? Ja, stimmt. Ihr sagt ja in Arbana. Dann also hier hin. Wenn ihr nichts aufhaltet ist, nach Arbana können wir später reisen. What? Treuen Sie mich? Hier unten, oder was? Hä? Dann muss ich mit dem Kass... Kassier, ne? Koko, die labern. Ich glaube, leider ist die Tochter eines Händlers. Maybe unten. Bin zur Fall wie jetzt gerade, ne? Ich hab... Keine Ahnung. Ah. Alles ist falsch. Egal, wo ich hingehe, ist alles falsch. WTF? Soll der alte denn dann sein? Hier oben ist gefährlich. Gehen wir lieber oben. Egal, wo ich hingehe, ist einfach falsch. Da hinten vielleicht. Können wir nicht einfach Wegmarkieo machen. Wenn man sich die ganze Sucherei nicht einfach sparen können. Aufhalsch. Ja. Über die Brücke war ich schon. Und egal, wo ich lang gegangen bin, war falsch. Muss mir mal einer die Logik erklären. Wo ist die richtig? Hier ist nichts. Oh mein Gott, ich bin da hier vorbeigerannt. Ich hasse das Game. Stell dir in deine Ecke hin. Ey, dieser Ring, das ist doch meiner. Ich habe ihn da, ich bin da. Ich bin da. Vielen Dank! Aber warum ist das? Bananawani hat mich geholfen. Bananawani? Sollte ich... Ich habe mich geholfen von Bananawani. Aber warum ist das Bananawani? Ich bin ein Wunscher. Ich bin ein Wunscher. Ich habe das. Was für mich mit den Wunscherlern? Aber was war das? Ich habe mich geholfen. Ich habe mich noch falsch vergessen. Ich habe dich gedacht. Ich habe gesagt, was du? Du bist, den Hände in den Händen. Ich bin ein kleiner Wann. Bloch! Was? Laniye. Ich habe die Geschichte vergessen. Janna. 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 Ähm Fuck Jetzt gab es das Krokodil an Achso Seid still Das war Lanier Die wird vom Piraten entführt Das war der Flasher Das war der Flasher Jetzt wird es helfen Jetzt kommt es! Was ist jetzt? Wenn du ein Flasher in einem Flasher gehört, dann sind wir die Flasher Das sind die Flasher Die Flasher? Die Flasher? Sie sind die Flasher? Sie sind die Flasher? Nein Wir sind die Flasher Ich bin die Flasher Mit der Flasher Da sei ich! Ich bin die Flasher Ich bin auch Raniinja Schaufer Ich bin ich halt Ich werde ich von mir Cucutai Diamond Cucutai Diamond Cucutai Diamond Door Diamond Door So ist es mir weg Ja genau Er hat ein HP Madi Er hört sich Mach dich weg du Pfeife Du stehst uns im Weg um Lanier zu rennen Mehr muss man dazu nicht sagen Hör doch Oh 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 Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich weiß nicht. Sanji? Was war da nebenan? Sanji hat gesagt, dass es in Hyststallia passiert ist. Ich weiß nicht, wie gesagt, dass ich Laniya anruhe. Aber diese Laniya wurde mit dem Krieg geholfen. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Ich habe ihn mit dem Laniyya geholfen. Das ist so schön. Aber die Erinnerung hat sich geholfen, und die Historia hat sich verloren. Aber sie sind nicht zu retten. Aber sie sind nicht zu retten. Obwohl sie das nicht in der Welt sein können, aber sie sind in einem gefährlichen Gesichter. Sie sind natürlich zu retten. Soll es, Chopper, fühlt sich die Kraft zurück? Oh? Soll ich sagen, dass sie die Kraft zurückkehren. Laniya-chan! So, wo soll die denn sein?! Hier nicht! Perfekt! Hier auch nicht! Da auch nicht! Da auch nicht! Da oben! Also einfach hoch und links, ne? Hier ist der Bananen-Krokodil! Kann ich direkt verprügeln! Hier die Pflanze mich wieder fressen! Hau ab! Brücke! Ah, Brücke! Franky, ganz herzlich hier mal bauen! Super! Also, geht doch! Haben wir da auch schon mal ne Brücke wieder gebaut! Top, die fette Gold! Achso! Ich hab eine zerfaserte Erinnerung gefunden! Geht ihr nach Hysteria? Dann nehmen wir Laniya, Chopper, Brücke! Gehen wir! Ja! Eigentlich müsste Sanji da stehen! Und Brücke und Chopper! Hallo! Ui! Habt ihr Laniya den Ring zurückgebracht? Wir konnten den Ring zurückgeben, aber... Laniya ist von Piraten entführt worden! Was? Piraten haben wir Laniya entführt? Dieser verflutten Piraten! Äh... Äh... Okay... Rettet sie für mich... Dopp-Rate erhöht! Dopp-Rate erhöht! Was will ich denn mit erhöhter Dopp-Rate? Kann man das mal bitte einen erklären? Hier sind Selfie die Schlucht runter, oder? Ja, ich muss einfach den roten Kopfen folgen! Brauche ich gar nicht mit den Labern, einfach die Köpfen hier folgen! Nee! Du sanst mir das mal! Nehmt ich mir! Yeeeey! Oho! O-oh! UM-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Ja-hohohohoho! Wer ist er denn? Soll er mich etwas abschrecken? Warte mal, Platz hier pfeifen. Ich muss zu Lania. Lani Mäuschen. Lania Mäuschen. Links, rechts. Es gibt nur eine gerade Ausrichtung. Es gibt nur eine gerade Ausrichtung. Ah ja. So, hier sieht das so aus, als würdet ihr die sein, die ich suchen würde. Wer seid ihr? Lani Mäuschen. Warte mal. Warte mal. Ich werde dich gleich wiederholen. Ich werde dich nicht so auswählen. Oh, du hast ja das alle. Okay. Ich werde dich nicht so auswählen. Ich werde dich nicht so auswählen. eingeschlafen eingeschlafen hier ist nicht eingeschlafen daim, Pirate Ars, Bro und stets mir weg Monster Pointer Ich bin alle Noch mehr Gegner Let's go Das hätte ruhig gerne Flächenangriff sein können Ich bin alle Na toll, macht der eine Affe da einen Angriff Moutonshotel So, der ist schon mal tot Lähmungsbeutel, what? Chopper wurde natürlich nicht gelähmt, Blug ist gelähmt Uh, Fire Spectator Ähm, ähm, ähm Kann ich auch nur den vorm Jahr auswählen, okay Brug ist gelähmt und kann sich nie bewegen Vieles fucking Bär, man Und noch mehr Neugier Du stehst mir weg Muss sich auch lohnen, die Form angewendet zu haben Äh Premiere Hache Steh ne Flammen Greif mal an, Kollege Oh shit Oh, banana Hä? 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 Ich habe mich überrascht, um Laniya zu helfen. Ich habe gesagt, dass ich nicht so großartig bin. Bananawani! Ich habe das Gefühl, dass du dein Herz genommen hast! Ich habe einen Schwerpunkt! Okay! Ich habe einen Schwerpunkt! ich übernehmen die kleinen Fische, die übernimmt den Boss Kuikutaif, Lamba Diamond, Parry, Shoto, El-Anto Vielleicht ist es auch der Gegner? Nur ein Ziel. Ver-kackt. Ihr beiden seid im Weg. Er hat's überlebt sogar noch. Ich kann nicht mehr. Warte, ich hatte mein Gesicht. Er hat's auch nur überlebt. Mir sind die Augen. Er ist nur halb Ton, weißt du? Aber du machst keinen Angriff mehr. Okay, am meisten Angriff hat Sanji, ne? Ich glaube, der Angriff, von dem, dem... Also die Angriffswerte, von dem der Angriff ausgeht, wird quasi genommen. Das heißt, Freundesalent. Let's go. I'm far... Fudge with it. Sanji sagt Flambage, aber da steht Sanji sagt Diamond. Interessiert. Vielen Dank, ihr habt ihn geholfen. Nein, wenn Sie nicht im Moment machen. Wenn du diesen Wann nicht geholfen hast, geht's dir. Wann ist es... Danke, dass ihr sie gerettet habt. Ich muss euch noch um einen Gefallen bitten. Sagt ihr folgendes. Sagt ihr, dass ich ihr unglaublich dankbar bin, dass ihr mich damals gerettet habt. Ihr habt mir meinen Wunsch erfüllt. Danke. Jetzt ist es, dass ihr euch das Gefühl habt. Ja. Es war wirklich wichtig für Wani. Was ist das Gefühl, dass ihr euch das Gefühl habt? Wani ist das Gefühl, dass ihr euch das Gefühl habt. Ihr habt ihr euch das Gefühl habt? Ja, das ist gut. Ich bin sehr, sehr komisch. Ich bin sehr, sehr komisch. Was hast du gesagt? Nein, nein. Ich bin gar nicht. Hey! Er ist ergerollt. Zertifizierter. Entfaser. Oder Erfaser? Auf jeden Fall habe ich eine Errungenschaft. Ich habe jetzt alle zerfaserten Erinnerungen. Fertig. Wann haben wir da noch in den Nebenquests? Oh Mann, nur Nebenquesten zu sein. Nur Nebenquesten. Ich höre gar nicht mehr auf in den Nebenquesten. Aber das müsste dann auch die letzte sein. Hoffentlich. Ich habe immer das Gefühl, ich sage das immer. Ich glaube, ich habe irgendwo in der Gegend zwei Teeblättergläser verloren. Achja, die Teeblätter. Scheiße, wo waren die denn? Muss ich irgendwelche Soldaten fragen? Gute Frage, wo die sein sollen. Habe ich hier jetzt gar keine Ahnung von, ne? Achtung Platz, du dickes Ding, ey. Steht da so ein Hüftbogen im Weg, ey. Weißt du was von Teeblättern? Nee. Da muss ich da irgendwie eine Nebenquests haben. Warford, Warford, das rosa. Water 7. Achso. Okay, da steht nur Soldaten der kündiglichen Armee könnten Informationen besitzen. Hier haben wir auf jeden Fall keine. Der auch nicht. Vielleicht auf dem Feld oben. Habana Palace Platz. Wenn du dir nicht sicher bist mit der Hauptquest, stand da gerade im Ladescreen. Ladescreen. Bro, die Hauptquest ist nicht das Problem. Die Nebenquest sind das Problem, wo man die weiß. Die darf ich nicht holen, ne? Moment mal. Wo soll denn die Tee scheiße sein? Ich krieg Kotze. Muss ich jetzt hier alles absuchen, nur damit ich mal irgend so'n Keck finde, der weiß, wo... Irgendwas über Tee zu wissen gibt. Gott im Himmel. Steh mir bei. Du bist der, der die Suche. Mist. Ihr seid die die Suche. Mist. Ihr seid die die Suche. Ihr? Auch kein Tee. Weißt du was über Tee? Der weiß auch nichts über Tee. Hm. Du? Die wissen auch nichts über Tee. Was können die denn sein? Am Wasser? Hä? Hä? Oder muss ich den einfach so befragen? Glaub nicht, aber... Wir müssen ja eigentlich, äh... Ja, so aufleuchten. Hm. Gucken, was probieren. Nee, der sagt gar nichts. Hm. Wo soll das denn sein? Ich hasse diese Sucherei. Ich hasse diese Sucherei. Hm. Hm. Hä? Hä? Muss doch irgendwo hier sein dann. Vielleicht in der Bar. Toll. Hier ist kein Gedöns. Sind hier neue Poser zugekommen? Gott sei Dank nicht. Hihihi. Hihihi. Hey, der sagt auch nichts über Tee. Was ist denn da für Mist? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab hier irgendwo in der Gegend meine Teeblätter verloren. Aber nicht einer kann irgendwas sagen. Aha, der hier. Na also, geht doch. Hm, was hab ich... Hab ich was im Gesicht? Nein, ich hab nur gerade ein Teeblätterglas fallen lassen. Ein Glas? Etwas das hier? Das lag gar nicht weit entfernt auf dem Boden. Oh, genau das. Ich brauch das ganz dringend zurück. Willst du das mir geben? Achja, ich wollte sowieso gerechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Aber passt sich mal besser darauf auf, bitte. Danke, mach ich. Okay, eins von zwei. Da ist keiner von dem königlichen Palast. Hm. Jetzt den zweiten finden. Oh, da oben guckt auch einer rum. Cool. Der auch. Das mag ich. Jetzt ist die Welt nicht ganz so leer. Aber wer hat denn jetzt das nächste hier? Da vorne. Hm. Jetzt, wo ihr es sagt, ein paar verdächtige Gestalten haben sich mit einem Glas in eine Gasse verzogen. Aber keine Ahnung, was da drin war. Ist das die Gasse hier? Hehehehe. Diese Teeblätter, die ich hier gefunden habe, riechen toll. Hey, wer bist du? Hey, kannst du mir die Teeblätter zeigen? Hm, was ist das? Die haben wir gefunden. Die zeigen wir dir nicht. Für Leute, die Sachen von anderen genommen haben, schwingt die ja ganz schön große Reden. Oh, tut mir leid. Die Besitzerin sucht danach. Also kannst du sie zurückgeben? Oh, das seht ihr doch, wenn du sie haben willst. Das kostet dich aber das Leben. Hehehehe. Hehehehe. Oder willst du, dass ich Hackfleisch aus dir mache? Oh man, jetzt hast du es geschafft. Komm her mit seiner Episode da. Kampfkruel ändern. Toilbrook. Äh, ne. Toilbrook, du musst weichen. Aber Brook muss auch weichen. Schieeees. So. Aber. Wecken wir durch allen. So. 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 Das tut mir fast schon leid. Hehehe. Hehehe. So. So. Ist der Knecht da auch besiegt. Dann haben wir die Quest hoffentlich auch fertig. Oh, aber wir könnten alle Quests hier abschließen heute nur in der Aufnahme. So. Also wir rein sägen. Äh. So. So will ich mir nix an. Ich will jetzt dem Blätter zurückgeben. Würdest du nachsehen ob da alles ist. Werte Dame. Ich hab sie echt gefunden. Ehhh. Eins. Zwei. drei. Alle da. Vielen Dank ihr seid meiner Rettung. Vieles ist nicht, aber ich wollte euch danken. Du musst mir nicht danken, werte Dame. Wie wäre es so, wenn du mich stattdessen, wenn du mich stattdessen begleiten würdest. Danke, das nehm ich. Meine Namen, Mäusen. Aber du bist immer noch mein Augenstern. Du bist echt lustig. Vielen Dank. Euch allen. Das muss ich Paula deswegen nicht belästigen. Schön. Richte Paula unseren Gruß aus. Moment mal. Eine alte Kollegin von Robin heißt das etwa? Komm schon, Usopp. Lass den Frauen ihre Geheimnisse. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du damit meinst, aber okay. Nami's won. Und kaum habe ich es ausgebrochen, konnte er eine neue Nebenquest. Über die mich verarschen. Es erreicht haben wir mit den Nebenquesten. Ne. Mit den Nomen in den Questen. Muss doch mal irgendwann reichen. Lass mich arzt. Ich bin durch. Ah, bitte sag, dass das irgendwas ist, was ich schon in der Mitte habe. Keine Ahnung. Ich brauche 30 Bananen und ich habe 500. Oh Gott. Oh nein. Oh, so ein kleines Mädchen. Muss ich bestimmt wieder irgendwas suchen oder so. Na, Oma ist da das auch. Na gut. Was soll denn dieser ganze Protzige Quatsch? So lernt ihr den traditionellen Tanz unserer Nation nie. Huch. Ist das die Tanzlehrerin da drüben, nicht die alte Frau, der wir die Medizin gebracht haben? Seht euch die Tänzer an. Die scheinen geübt zu sein und trotzdem sind sie völlig fertig. Ah, ihr seid's. Dank euch konnte ich neue Schüler aufnehmen. Leider scheinen die Jungspunde heutzutage keine Ausdauer mehr zu haben. Guckt euch nur mal an, wie sie nach einer kurzen Lektion schnaufen. Seht aus, als hättest du sie total ausgelaugt. Wie genau sehen denn deine Lektionen aus? Hm, ganz normal eigentlich. Die machen einfach meine Tanzschritte nach. Und dann sind sie jetzt so fertig? Das ist echt traurig. Ja, oder? Was soll ich jetzt machen? Oh, ich weiß. Vielleicht könnt ihr meine Schüler ja in Form bringen. Wie genau sollen wir das anstellen? Was willst du tun, Tophie? Ich hab nichts dagegen. Okay, ich zähl auf euch. Kann ich jetzt einfach vermöbeln? Meinst du, das ist einfach ernst? Um irgendwas zu leisten, braucht man einen starken Körper. Und das beste Training ist ein richtiger Kampf. Außerdem seid ihr ziemlich stark. Ich bin alt genug, um das sofort zu erkennen. Eure harten Gesichter sind besonders beeindruckend. Ich schätze, ihr habt eine Menge durchgemacht. Also, was meint ihr? Würdet ihr meinen Schülern ein paar Lektionen geben? Na, das könnten wir wohl machen. Gut, danke. Ich sag mein Schülner Bescheid. Sprecht sie jederzeit an. Diadem der Tänzerin. Ja, bereit, komm. Legen wir los. Verprüche ich die Plebs. Dann besorge ich. Wenn ich helfe, erwarte ich... Warte. Dann besorg sie. Wenn ich helfe, erwarte ich von dir, dass du dich ins Zeug legst. Alles klar. Viel Glück, Leute. Okay, dann mal los. Sanjiku. Mit Hass. Der tanzt nie wieder, der Kollege. Ihr wolltet das Beste. Vorf. Slikman. Der ist auch tot. Dreifachen Genickbruch. Sorry, Nami, aber... Er ist auch geschlitzt. Der macht auch nichts mehr, außer seine Gedärme aufheben. Arigato. Die sind ganz schön ausdauernd. Ja, und wir können nicht mithalten. Was ist das für ein Tanz? Was? Interessiert euch das... Interessiert ihr euch fürs Tanzen? Okay, ich führe ganz besonders für euch auf. Der bezaubernde Schwindetanz ist einer meiner... Er ist ein mehrerer Generationen alter traditioneller Tanz. Der Name kommt mir bekannt vor. Leute, seid vorsichtig. Wenn ihr unsere Lehrerin beim Tanzen zuseht, wird euch schwindelig. Moment mal, sie waren gar nicht ausgelaugt, weil sie mich nicht mithalten konnten. Das macht der Tanz mit ihnen? Wenn wir also der alten Dame mal beim Tanzen zusehen, passiert uns das Gleiche. Und was plappert ihr denn da? Na los, schaut euch meinen Tanz an. Nein, danke, lieber nicht. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Wir sollen los. Ihr müsst auf Wonders hin? Wie schade. Aber ihr habt geholfen, meine Schüler zu trainieren. Ein kleines Geschenk als Dankeschön. Ach, Gott sei Dank war das schnell. Bitte, keine neue. Ich hab Angst zu gucken. Hier sieht sie cool aus. Na, no, hala. Verdammt. Das Game hasst mich, oder? Ah, nee, das ist der Heini. Da muss ich nur abgeben. Das Foto. Okay, okay. Große Wüste. Nichts dazugekommen. Wüstenhöhle. Auch nichts dazugekommen. Goldregen Casino. Auch nichts dazugekommen. Wüstenhäer Adelbahner. Auch nichts dazugekommen. Adelbahner, da bin ich ja gerade. Auch nichts. Äh, geht raus. Gab mal der König auch nichts dazugekommen. Oh, geil. Ja. Dann bringe ich ihm jetzt ein Foto da zurück. Dann reisen wir nach Dressrosa, Water 7. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich muss. Sehen wir gleich. Äh, hier entlang. Muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Nur mit einem Kackfoto zu geben. Wo war denn das Parfümen? Das war Water 7, war das. Naja. Aber bitte lass die Quest dann auch fertig sein mit dem Foto. So, Kollege Gunnkohl. Ich hab dein, dein Nacktfoto gewonnen. Das du unbedingt zurückhaben wolltest. Sieht wirklich absolut ugly aus. Hier, ich hab noch eins gefunden. Ja, das Foto meines Vaters. Haha, jetzt hab ich alle Familienbilder. Dieser Matrose war dein Vater. Er sieht aber gar nicht wie ein Mann, einfach ein Adel aus. Mein Bruder und ich waren eigentlich Waisen. Und der Vater hat uns adoptiert. Doch obwohl wir nicht blutsverwandt waren, waren wir wie eine richtige Familie. Verstehe. Danach wurde ich von einer Adeligenfamilie ohne Erben aufgenommen. Aber mein Bruder hatte nicht so viel Glück. Vater war damals schon verstorben. Mein Bruder hatte ich seitdem nicht mehr gesehen. Als ich mir dieses Foto angesehen hatte, fehlte er mir plötzlich. Also ging ich nach Alabaster um nach ihnen zu suchen. Verstehe. Hoffentlich kommt ihr bald wieder zusammen. Danke. Also wegen eurer Belohnung. Ich kam in dieses Land und wurde kurz darauf Opfer von Hochstaplern und Betrügern. Was? Sag nicht, du hast... Ich hab also nur noch das Geld in meinen Taschen. Bitte. Verzeiht mir. Was? Tut mir leid. Na schön. Dann gebe ich mich mit der Hälfte dessen zufrieden, was du hast. Ich möchte, dass du noch genug übrig bleibst, damit du deinen Bruder finden kannst. Wow, Nami ist aber nett. Hey, ich bin immer nett. Aber verstehe das nicht falsch. Das ist nur ein Vorschuss. Ich leihe dir, was du entschuldest und als besonderen Gefallen berechne ich dir keine Zinsen. Du berechnest ihm also trotzdem den ganzen Betrag. So. Nochmal gucken, dass nach ihm auch noch eine Nebenquest kam. Sieht aber bis jetzt gut aus. Oh, ich hab Angst nach Abana zu gucken, to be honest. Sehr gut. Dann nach unten zum Eingang. Dann nach Water 7. So, wo ist hier der Wölfe? Der... Der Reise. Leiterreise ein. Anissa! So. Water 7. Das überspringe ich jetzt mal. Okay. So. Stop. Das berät. Gut, 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 gut. Fine. manage der heck ist content creator slouvert guy Oh, sorry, ich musste kurz eben gucken. Auf meine Mobile-Fone. So. So. Ich habe Angst, hier auf die Warneposter zu gucken. Hier, das Parfüm. Habt ihr das Parfüm dabei? Ja, zumindest ein paar Flaschen. Mal sehen. Was für ein angenehmer Zitronenduft. So sollten wir den Schweißgeruch der Zimmermänner loswerden. Wenn die Arbeiter der Gallehrer das Parfüm auftragen, kommen sicherlich mehr Touristen hierher. Das ist gut. Der Laden, der es in Nanohana geführt hat, würde es auch gerne hier verkaufen lassen. Hoffentlich ist das für euch beide ein gutes Geschäft. Danke, ich lasse es die Zimmermänner mal versuchen. Hier, deine Belohnung. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch, dann dürfen wir auch wesentlich mehr vorrätig haben. Goil. Willkommen. Nee, Party wollte ich jetzt nicht machen. Aber ich bin hier hingereilt. Oh mein. Wollte ich auch gar nicht. Ja, ich wollte gucken, ob hier noch was ist. Achso, hier habe ich gerade geguckt. Dock 1. Auch nichts. Kanalisation. Auch nichts. Justizturm. Da müssen wir hin. Sehr geile Nummer. So, dann würde ich aber sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Kann ich da aber... Warte mal, Moment. Passiert denn hier? Da. Kann ich beim Justizturm speichern? Kann ich. Ah, sich da noch hin. Weicher. Gucken wir vielleicht noch die Katzen an und dann machen wir Schluss für die Folge. Gehe zum Tresor. Wie gesagt, das werden wir tun, aber erst in der nächsten Folge. Kuss, 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 alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Foto, ein Support, alles Mögliche würde helfen. Kuss, 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 alle, die es machen. Führt euch zu nichts gestrungen. Alles freiwillig. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo und die Glocke da. Ansonsten könnt ihr gerne TikTok, Twitch, YouTube, Insta, alles auschecken, alles tatutti. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Kuss, 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 alle, die eingeschaltet haben. Aude rein. Tschüss.